Möp, Möp, Möp. Na. Wie du schläfst, du kennst dir nicht aus auf deine Maps. Nein, nicht doll. Da kenn ich mich echt nicht raus. Na ja. Noch ein Grund mehr damit, dass wir's spülen. Schneidest du jetzt eigene Fleisch? Ja, ich hab keine Falle, ich hab keine Handicap dabei. Dann gibts wenigstens mir. Ich hab's jetzt gerade ab, oder was ich mich aufkriegt hab. Und ob du dann geschützt? Ach so. Ist das jetzt bei, ähm... Tiefsteil, egal, dass wir mich eben mitten bei... Draus. Bist du? Na, ich bin hinter dir. Wollt damit. Ach, ich seh's hier nicht. Ja, deswegen war das auch nicht da. Das ist mein Ende der Umgebung. Da hat's den Zweischuss... Zweischuss... Schuss am Geschütz. Oh, wacke! Hey, der war jetzt godlike, der Stuck. You were stuck by a slim Jim. Sarai. Schau mal, der Stuck war... Das hat ein godlike. Das machen wir's ja genauer. Warum war... Was? Wer hat er wieder drauf? Ja, er hat sich... Ja, hab ich eigentlich gar nicht gesehen, oder hab ich gestuckt? In der Mitte. Na, ich hab nicht einmal... Schoss geschockt. Ja, weiß er noch nicht. Was machst du denn? Er fällt das Tanzbox für die SMG aus. He, 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 he. Halt das die Fiese, fressen, du Assi! Snoop! Halt die Fresse! Snoop! Was soll ich noch machen? Wollst du sein Schürzel? Lass weg! Ja, Mann, er steht mit der PR! Ein Hello ohne Schürzel geht er bloß! Ja, okay. Ja, okay. Ja, das ist wiederum. Ja, das ist wiederum. So, ob wir es von der Passe ist, wenn man es in der Nähe ist. Ja, ich werde dann ein Heller, im Gänsel, im Panzerflug. Ich bin hinter dir. Ich liebe dir. Ich bin jetzt schon rindend, wenn das Ding zu Messen ist. Nur wenn er schwebt. Ich kenne die Sex oder Passe? Ich kenne die Passe. Ich kenne die inια. Wer hat da? Aua! Aua! Sniper! Wie gesehen? Ja gut, der ist weg! Aber nicht! Ich muss da sein! Hörst du doch! Nein, der Sniper hab ich auch gemacht! Aua! Aua! Da ist noch einer hinter mir! Ja der ist g'sang! Fuuuck! Der wird immer so'n Scheißiges bohren! Ja! Ja! Geil! Wolle sie! Der Pipo ist auch noch da! Irgendwann! Na ja! Du hast, du hast, du hast, okay! Ach so! Ah, komm, lege! In jedem Wochen, oder? Wie aus ich hier? Scheiße! Jetzt werde ich über drum! So! Passt bei mir bitte viel auf! Ja ja! Halt zwei Granaten! Das ist ein Scheißpern! Bist du oder so? Das weiß ich nicht mehr! Zeig mich auch! Nein, das ist du! Ist aber schwer! Wechsel! Sauer! So geil! Wo ist denn immer hergekommen? Scheißgele, Naubel! Was ist denn denn noch? Bei mir! Bei mir sind drei! Nein! Von ob ich! Bei mir ist unten! Bei mir ist unten! Bei mir ist unten! Bei mir ist unten! Das Limpfschirm ist unten! Was ist denn hier dabei? Bei mir ist der Bede! Das Limpfschirm war... Ist vom Grün hergekommen! Bei mir ist der Bedeutung! 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 Was ist der Bedeutung! Bei mir ist der Bedeutung! Bei mir ist der Bedeutung! Gettet das. Schwert noch. Game on, ey! Er steckt ein Alpengeld inzwischen seine Beine durch, Ronhobit kommt aus mit dem Alpengeld näher und schmeißt ihn direkt den Fritz rein. Jetzt haben wir ihn beim Geschütz, die ausschauen. Ich freue mich auch. Ah, in der Mitte. Einfach. Lass uns mal ein Alpengeld rein. Einen. Einen. Halt den Wunder rein. Nichts unten. Ah, rein kommt. Ah, scheiße. Ich hab ihn nicht angreifft. Auf dem Schirm habe ich einen kommt unten, der Pipo. Nein, der unten. Pipo, mit der Granaten erwischt, so viel hat er nicht mehr. Könnt ihr mir sogar einen hören. Ja. Ist doch schön. Wie geil ist das so, dass die Typen so viel Aushalten? Das ist so. Dann können wir alle etwas weniger machen. Ja, dann können wir uns auf alle übernommen reden. Ja, dann kann ich aber nicht mal auf alle übernommen reden. Ah, Mann! Die bestellen mir. Die bestellen mir. 22. Deckung Geschütz noch! Wie bist du? Nein. Wir lieben's neuer, kann ich Geschütz noch platzen. Ich hab da auch keine Entzünden und ich hab da auch eine Zahn geschossen. Ich hab da auch keine Entzünden und ich hab da auch eine Zahn geschossen. Ich hab da auch eine Schöpfe, Schwertnuch, ein bisschen, da oben, in der Mitte. Ich hab das in der Mitte wahrscheinlich. Ja, die Schwertnuch, die sind aneinander. Bisschen allein, von mir? Ja. Ich geh mir auch Rückendeckung. Rückendeckung, du sollst einige zusammen warten. Kann ja wär. Umso besser. Nichts mehr. Ich geh auf der Seite noch nicht. Schwertnuch? Schwertnuch. Schwertnuch. Ja und? Es spricht schon für sich. Ich war ewig weit weg vorher. Außerdem hat der zwei... Bis du in der Hinkopf bist. Halt die Fresse. Gass mich wieder hoch. Du stellst dich auch bei Schwertnuch. Ja, ich hab da schon beim Steck geholt. Ja, ich hab das zum Steck geholt. Ja, ich hab das zum Steck geholt. Ja, das war's gar nichts. Bloß mal nur ein härtes Handicap drauf. Das darf ich auch machen. Oh, noch weiter hin. Das ist das Ding. Das ist einfach. Und dann schläft. Und ziemlich nah. Oh, da ist einer. Guck mal. Guck mal. Am Ende ist weg. Ja, schläft. Guck mal, schläft. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Guck mal, schläft. Wir sind so so Idioten. Warum bleiben wir jetzt nicht gekommen? Weißt du, wir könnten hier halt voll uns... Ja, dann können Sie den Koordinierten angehen, dann können Sie alle drei erlegen, sagen wir mal. Das ist super gut zu sagen, alle drei. Das ist doch schön. Da sind wir Pistole und haben schon mal kein Schild mehr. Dann machen wir die Waffe für Hedo. Hauwerk. Dann ist das Leben weg. Dann machen wir die Zielwaffe und ein Stück weiter. Da, Mitte, Mitte. Drei Stück. Dann mache ich auch. Die Kohle Mitte ist weg. Schau so, dass es liegt. Mitte. Ja. Schau. 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 So. Und jetzt schauen, dass wir einen schönen Platz kriegen, weil jetzt haben wir, was wir brauchen. Das einzige, was uns noch fallen, ist eine Schnäupe. Nein. Wo ist denn? Da vorne springt schon gerade. Schau. 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 Der soll ja allein am 1 spielen. Ja. Wir sind ja drüben bis jetzt von 2. 2 oder 1. Nein, ich hab grad da völlig gespürt auf der eigene. Ja. Ja, dann. Ich hab's der Bestefeld. Warum? Ich spiele ja jetzt ein kleines Ding. Da sind wir wieder zu größer Team und die Beste spielen. Ja. Brauchen wir dann. Außerdem zahlen wir 3 dann in dem Team. Ja. Ja, die müssen ja auch sein. Ja, aber die sind die Beste, ne? Die sind die Beste. Scheiß. Die schützen wir. Ja, das Ziel. Ja. Die Spalten. Ah, okay. Der Philipp, der hat 3 Kuchen aus. Ja. Das fühlt sich überhaupt nicht oder ist halt der Handicap drin? Hat er ja kein? Aber da kanns mehr. Da kanns mehr. Was ist jetzt alles zu klein? Da kanns mehr. Was ist jetzt? Philipp, hast du ein Handicap drin? Sag mal, du, Philipp, äh, der Eikzei nimmstens. Da geht ja bei mir. Ja. 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 Ja, denn er hat gemacht. mehr ja das ist ein geil so geil das wird mir ein Jair wir werden die das so weit voreinander wegspawn also so weit Ist das so weit? Hast du Schwert? Schwert nicht unten, oder? Naja, das wird nicht gut, ne? Guck dir runter! Die Gaste, ich rutsch! Was habt ihr denn? Wohnt ihr denn jetzt schlappen? Ja, das wird ja nicht gekonnt, oder? Ah, hallo! Ah, ja! Na, Mann, man... Ah, ja! Dann hab ich mal die Handicap rausgenommen, dann hab ich halt meine Kippel, ich hab keine Chance, Das ist doch mal voller Haut! Ich hab jetzt mal komplett rausgenommen, oder? Ja, mach ich gern mit! So, jetzt wird aufgeräumt, jetzt wird echt sauber aufgeräumt! Ach, küsst, darf ich jetzt nicht mehr kriegen! Schlafen sie nicht! Ich hab auch eine Schuh! Ich brauche! So, nein! Ich kann nichts mehr! Ja, ich hab's jetzt! Ich hab noch ein bisschen aufgeräumt! Ja! So, wir haben ca. Warte mal die Brabüten, wenn ich so meine Güte habe. Ja, bei mir so... ...hанс oder? Oh-ma-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha-noha... Gut, geschlagen. Jetzt hekt mir der mit den Augen zu voll ab. Und wieder in den Augen explodieren, oder der Gegner überlebt. Andere Möglichkeit wird es nicht. Und dann läuft es da. Rechts. Aber hinter uns ist es auch, oder? Ja, das ist gut. Mach du raus. Ich werde gar nicht hin am meisten. Schöpko lande. Doch, Schöp. Schöp kommt vorher. Schöp kommt vorher. Ich mach bald. Geil, schaust du. Wünsche, hab ich gekühlt. Ich hab ihn gekühlt. Ich werde den Kürten, hab ich mir gleich. Oder? Ja. Oder was? Bei uns? Ja. Nice. Der Kippel. Geblieb mit Snipern. Hey, nice Sniper Kippel. Nichts. Oh, ich bin wieder auf der. Ich bin wieder auf der. Ja, oder. So, solange es keiner kommt, ja auch. Ja, sieht nix. Wie gesagt, ihr könnt mal helfen. Zu mir? Ich bin nochmal dran. Warte, wir waren noch nicht mehr. You stuck! Scheiße! Ich hab' keine falsche Granaten unterkommt. Geil? Ihr seid grün! Sehr schön! Sehr schön! Mir seid mir nicht besser gefallen. Nein, nein, ich hätt' meinen, ich wär' so guter müssen und die... Was sagt du an der Dings, glaub' ich? Nein, einfach mal. Na, uah! Nice one! Very nice! Thanks. Ich bin ja immer die Gern-Scheißer. Ja. Ich hab' die Gern-Scheißer gemacht. Geil! Oder? Geil! Aus dem Schuss, du Assi! Das war mir so schlecht. Scheiße, der Oma war... Boah! Haben Sie ja auch, oder? Ja, ja, freig schon wie ich. Der hat ein ganzes Ziel geschlagen. Sekundär? Nein. Äh, nein. Sehr sekundärisch auch funktion. Ja, fast. Geil, gleich noch mal. Jetzt geht noch ein Satz und noch drei drei. Ja, dann können wir mal. Die gibt's auch nicht mehr. Ja. Ja. Ja.